Auf dem Artemaberg steht von einer großen Stadtmauer umgrenzt die Stadt Galles, Baronie Galles, mit einer sechs Schritt hohen Mauer umgeben. Die Gassen sind eng, steil und treppenreich und wenn ihr dann die einzige Passage nach oben hinauf reitet, könnt ihr früh am Morgen ein paar Soldaten dort sehen, wie sie dort stehen und aufpassen. Auch zu dieser frühen Stunde sind sie noch hellwach. Männer! Männer des Reiches! Die Inquisition braucht eure Hilfe. Ja, neben dir schlägt erstmal ein Armbrustbolzen ein. Ja, das kann vor. Halt! Keinen Schritt weiter! Seid ihr Untote! Nein! Wir schreien Untote rum. Wir brauchen eure Hilfe. Namen des Reiches. Wo kommt ihr her? Aus Wehrheim. Aus Wehrheim? Dann reitet ihr am besten gleich wieder um. Wir haben Kunde bekommen. Sie kommen. Richtig. Das wissen wir. Wir brauchen Pferde. Wie Pferde? Pferde! Wir haben keine Pferde. Wir sind Gaugrafen und mit inquisitorischer Vollmacht hier. Sagt uns jetzt bitte, was Sache ist und lasst uns näher kommen, damit wir euch unser Schreiben zeigen können und wir endlich aufhören können, uns anzufeinden. Dann kommt hoch. Kommt hoch, mein Herr. Kommt mit. Man steigt natürlich ab, um uns den guten Willen zu zeigen, dass man nicht irgendwelche Leute überreiten will und führt das Pferd am Zaun Zeug, währenddessen man schon beim Absteigen kurz rauskramt hier sein gewachstes Schreiben. Ihr könnt die Stadt gerne betreten, mein Herr. Ich will euch nicht aufhalten, aber ihr könnt kein Pferde haben. Wieso nicht? Sie kommen! Okay, verrate uns erstmal, was ihr Montant wisst, denn es gibt einige dämonische Paktierer, die hier rumrennen, die Feeninformationen verbreiten. Das war ein Rondrianer, der hier eintraf. Vor wenigen Stunden erst. Er sagte, es geht jetzt raus. Es ist leider so, dass der Rondrianer höchstwahrscheinlich falsche Befehle hat, aber das wissen wir nicht genau. Befehle von was? Also, dass jetzt jeden Moment aus Osten von der Trollpforte hier die Feinde kommen? Ja, mein Herr. Das sind falsche Meldungen. Das könnten falsche Meldungen sein, genau. Und es könnte also sein, dass es noch mehrere Wochen dauert. Deswegen, wir wurden erst vor weniger als zwei Wochen losgeschickt, hier die ganze Reichsstraße 1 zu evakuieren aus Garret. Und wir sind mit einigen Heeren losmarschiert. Und ja, das Ganze dauert eben. Es ist unwahrscheinlich, dass der Feind schon so weit ist. Wie solltet ihr mit eurem Baron sprechen? Raoul von Bärenfang, wenn ich nicht irre. Ja, das ist richtig, mein Herr. Aber der ist meines Wissens noch in Garret oder so. Er sagt irgendwas von deinem Turnier. Genau, als das Turnier vorbei war, sind wir sofort mit inquisitorischer Macht ausgesandt worden, die Reichsstraße 1, alles, was an der Reichsstraße 1 liegt, zu evakuieren. Wer ist sein Vogt? Ähm, sein Vogt, das weiß ich nicht, den hat er bestimmt ernannt. Aber wir können das nicht Jahrland überlassen. Wir brauchen Pferde und müssen die verdammten Rondriane einholen. Und es ist jetzt nicht hier rum, darum kümmern, dass Galles evakuiert wird. Das können die anderen machen. Wann waren die Rondriane zuletzt hier? Der ist vor, ich weiß nicht, vor drei Stunden kam er hier rein und sagte irgendwas. Dass er hatte drei Pfeile in seinem Rücken, schleppte sich auf seinem Pferdchen noch hoch und dann sagte er was von, naja, dass er jetzt mit dem Baron reden will. Und dann haben wir ihn reingelassen und seitdem, naja, wir wissen nicht, was er soll. Ihr verzeiht uns den Armbruchspolzen. Wo ist dieser? Wahrscheinlich oben in der Burg oder so. Lass uns durch. Schnell, wir müssen beilen. Genau, wir müssen mit dem guten Mann reden. Und wir können ihm vor allem auch medizinische Hilfe geben, wenn er das notwendig ist. Ich wollte auch hier zu spazieren, marschieren. Ja, die werden euch dann auch, wie gesagt, durchlassen. Hatten sich für die Armbruchspolzen noch einmal entschuldigt. Und so könnt ihr dann in die engen Gassen von Galles einreiten. Ähm, ja, vor euch dann das Tor des Drachen. Ähm, könnt ihr dann vorbeireiten, gibt eine Taverna zum Wilden Eber. Ähm, Stadtschloss von dem Artema-Turm, wo ihr dann hochreitet. Gibt noch ein paar Magistrate. Ähm, das Schwefelfürtel, Tempel des Korps. Und während ihr dann, ja, an dem großen Platz nach oben steigt, wie gesagt, durch dann sehr gewundene, ähm, Treppen und sehr enge Gassen, viele hohe Häuser, die wohl auch sehr schwer zu verteidigen sind. Oder eben besonders gut. Ähm, könnt ihr dann, ja, dort eintreten. Ähm, wieder gibt es dort ein paar Wachen, die dann, ähm, das Stadtschloss ein bisschen bewachen. Könnt euch da dann aber ebenso ausweisen. Und auch die haben vor wenigen Stunden das Gleiche gesehen, einen Rondrianer. Ähm, ja, dann könnt ihr euch, da so ein bisschen durchfragen und werdet dann mit einer der Wachen, äh, zu einem, ja, ähm, kleinen Ratssaal geführt, äh, wo die Türen verschlossen sind. Wenn ihr dann die Türen aufmacht, könnt ihr sehen, dass wohl dahinter noch zu dieser frühen Morgenstunde mehrere Menschen, mehrere Räte sitzen, äh, allesamt bekleidet. Und, ähm, an der einen Seite könnt ihr dann auch sehen, wie da wohl ein Rondrianer sitzt. Löwenherz mit verbundener Schulter. Und vielen Blassuren, der dort sitzt und seinen Bericht abgibt. Bevor ich, also, bevor ich mich jetzt ihm vorstelle, wollte ich stehenbleiben und einem Oden wirken und mir Zeit lassen. Wer seid ihr? Wir haben doch gesagt, keine Störung! Traute, was soll das? Inquisitorische Vollmachten! Schweigt! Oh, du Makan am Senserei! Weht da einen Hauch von Zerberei! Weht er nicht! Oh, dem Held, äh, ohne Held, das Schreiben hoch. Wir sind inquisitorische Gaugrafen und wir wollten ganz gerne wissen, ob der Herr Rondrianer noch hier ist, der die Nachricht verbreitet, dass es soweit ist, dass der Angriff gerade stattfindet. Das bin ich! Gut, von, von wem habt ihr die Befehle? Euer Gnaden! Wie, welche Befehle? Ich hab's gesehen! 40 Rondrianer! Wir sind gerade eingetroffen! Das erzähl ich doch gerade! Setzt euch! Wir sind... Von wo sind... Ich komme von der... Ich komme von der schwarzen Mauer! Ich habe sie gesehen! Die Tore haben sich geöffnet! Wir sind dort gerade eingetroffen! Am... Wann war das? 16. Am 16. Perine waren wir dort! Zusammen mit einigen Boron-Geweihten, Golgairiten, Rondrianer! Als sich die Tore öffneten und sie über uns einbrandeten, ich hab sie alle verloren! Das war es, was er meinte! Ich hab 40 Rondrianer verloren! Ja! Wissen wir! Das hat sich geändert! Die Tore stehen offen! Immer statt einfach sind leere! Wir haben... Wir haben nicht mehr zwei Wochen oder irgendwas, was sie sagt! Ich weiß es nicht! Wir haben nur noch wenige Tage! Wir müssen evakuieren! Und zwar alles! Ihr habt recht! Wir müssen alles in die Waagschale werden! Oh mein Gott! Eine gewaltige Streitmacht! Sie haben Drachen! Sie haben Menschen! Sie haben Untote! Sie haben geflügelte Wesen! Eine riesige, gewaltige Gewitterwolke, die sie begleitet! Diese Puppe und Blitze, die wir im Osten gesehen haben, das ist das? Ja, ich vermute schon! Zumindest war alles Lina, als sie sich die geöffnet haben! Irgendwas, irgendwas, was die Sphären zerreißt! Sie sind unglaublich schnell! Ich musste rasten! Ich bin zwar geritten, aber mein Pferd ist irgendwann gestorben, als ich mich umgedreht habe! Sie rennen! Sie sind so schnell wie... Sie brauchen das Tageslicht nicht, verdammt! Sie brauchen das Tageslicht nicht! Die Wolke verdunkelt alles! Zusätzlich mit der Regen- und der Gewitterfront! Sie reisen die ganze Zeit über! Oh, fuck! Was schätzt Sie, wie weit sie entfernt sind von hier aus? Als ich sie das letzte Mal gesehen... Sie werden sicherlich schon bei Silberhain sein! Wenn nicht sogar noch schneller! Also haben wir etwa noch einen Tag... oder zwei, wenn es hochkommt! Sie werden hier direkt an Galles vorbeiziehen! Alles aus Galles muss hier raus! Reisen Sie schneller als... normale Menschen! Müsst du das ja einschätzen können! Ja! Gerade wenn... Gerade wenn wir Verwundete oder Verletzte oder Alte dabei haben! Oder Junge! Sie rasten nicht! Sie sind untot! Ich weiß nicht, was sie mit den menschlichen Soldnern machen! Oder... Wie gesagt, sie haben einige Drachen dabei! Drachenreiter! Ich würde sagen, wir schicken die Leute aus Galles nach Norden! Wenn wir sie über die Reisstraße schicken, werden sie eingeholt! Ja, ich fürchte auch! Ich... Ich weiß nicht, ob sie Norden weit genug weg... kommen ist schnell genug, aber mir fällt nichts Besseres ein! Und wenn sie wirklich... Wenn sie wirklich über diese Gewitterwolke auch tagsüber reisen können, werden sie die nicht verlassen! Je nachdem, wie groß die ist, müssen sie ja allen... Dann bewegt die Armee sich aber zusammen! Könnt ihr abschätzen, wie breit diese Wolke ist? Meilen! Sie ist meilenbreit! Ja, aber wenn wir die Leute jetzt losschicken nach Norden, dann können die bis... Wenn die morgen hier eintreffen... Wie schnell sind sie für den Listen! Und ich schätze... 10 Meilen... 5, 10 Meilen pro Tag? Es muss reichen! Mehr haben wir nicht! Und sie müssen sofort aufbrechen! Wir brauchen jedes Schwert, das wir noch rekurieren können! Wir haben einige Soldatier... Also... Nee, nicht viel! 50 Mann, wenn überhaupt! Der Baron ist nicht hier! 50 Schwerter sind besser als... Keine Schwerter! Obwohl wir... Irgendwer muss die Leute hier evakuieren! Verzeiht mir meine Herren! Meine Herren Gaugrafen! Ich sage, wir verschließen die Tore! Wir verschließen die Tore! Der Atemaberg ist unernehmbar! Das wird nichts bringen gegen Drachen! Vielleicht hilft es doch! Die Stadt ist groß genug, um wirklich eine Zeit lang durchhalten zu können! Und von hier aus kann man doch wirklich immer wieder Ausbrüche machen mit Söldnern oder Soldaten! Um zu versuchen, das Umland zu befreien! Aber nicht mit 50 Mann! Wir werden uns hier einschließen! Wir vernageln und verriegeln die Türen! Aber wir... Raffin, Sie können nicht innerhalb von zwei Tagen weglaufen! Also können Sie sich besser versuchen, alle Ressourcen, die Sie im Umland jetzt kriegen können, in den nächsten anderthalb Tagen sozusagen zu sammeln! Hier in Galles so viele Menschen wie möglich zu sichern und zu kämpfen! Erinnert euch was mit den Freunden unseren? Ja, aber in zwei Tagen... Dann werden die Leute auf der Reichsstraße nach Werheim! Dann werden sie dann schutzlos überfallen! Die Wolken dort nach Norden schicken! Genau! Sie sollen nicht auf die Aus der Reichweite der Wolke! Richtig! Sie sollen nach Norden! Die Armee wird zusammenbleiben! Wenn sie wirklich über die... durch diese Wolke auch am Tag reisen können, dann werden sie bei der Wolke bleiben! Sie werden nicht ausschwärmen! Also bis wir sie einfach nur wegbekommen von der... Weg der Armee! Sie wollen doch... Sie wollen doch Galles gar nicht erobern, oder doch? Achso! Die werden wahrscheinlich einfach Galles niederwalzen oder zumindest sehr schwer beschädigen auf dem Weg weiter! Sie haben natürlich Interesse, Werheim einzunehmen, aber sie werden wahrscheinlich an Galles ihre Spuren hinterlassen und vielleicht auch einige hunderte von Untoten über die Stadt ergießen! Was wir vielleicht machen könnten ist, wir stecken die Stadt in... Wenn wir wirklich versuchen, die Stadt zu halten, stecken wir sie in Brand! Wir lassen sie uns überrennen, stecken ja die gesamte Stadt in Brand und nehmen so viele mit, wie wir können! Das sind aber keine menschlichen Feinde! Feuer wird ihnen nicht so viel anhaben, wie uns Menschen! Das ist eine nicht so gute Idee! Ja, aber wir werden sie nicht... Sie sind Untote! Wir werden sie nicht auffalten können! Außerdem wird das Feuer unsere eigenen Toten vernichten! Wir sollten die Söldner, die in der Stadt sind, mit den Flüchtlingen schicken! Sie sollten nach Norden fliehen! Soweit sie können! Wohin denn? Nach Norden! In den Wald! Das ist mir doch scheißegal! Das Problem ist, die Armee kommt jetzt! Wenn die drei Tage im Wald sind und davon sterben dann 10% der Leute, dann ist das scheiße! Aber wenn die hier bleiben, dann sind 100% von denen tot! Ja, richtig! Was ist im Norden für ein Wald? Ach, die sollen über die Straße laufen! Die müssen Kilometer schaffen! Die sollen sich nicht verstecken! Die müssen weg von der Wolke! Richtig, aber... Ich kann die Entfernung schlecht abschätzen! Ist doch vollkommen egal! Die Leute hier kennen sich doch viel besser aus! Die sollen die Straße nach Norden nehmen, sollen sich irgendwelche Händler suchen, die ab und zu mal nach Norden fahren, sollen sich denen folgen und dann so viel Kilometer machen, wie sie können! Meine Fresse! Sollen die halt aus ganz Darpatien rausrennen, wenn nötig! Ich weiß nicht, was nötig von Darpatien ist, aber da wird auch irgendwas sein! Wenn sie die scheiße Orks besuchen gehen! Also, wenn ihr mich fragt, mein Herr, und mit Undoten werden wir sicherlich keine Probleme bekommen! Wir können den Weg, das Drachentor, können wir ohne Probleme verteidigen! Wir müssen uns zwar überlegen, wir müssen uns überlegen, wie wir gegen sowas wie Karakile vorgehen, aber da werden wir sicherlich schon die ein oder anderen Maßnahmen kriegen! Also, wir haben natürlich Pfeil und Bogen und Armbrüste! Das ist unsere einzige Schwachstelle, das wissen wir, aber unsere Türme sind bemannt! Ja, ich glaube ja auch nicht, dass ihr... Ihr werdet auch einige von denen vernichten können, aber was macht ihr, wenn der schwarze Drache kommt und eure Mauern einreißt? Das hat er schon mal getan! Und hier ist kein... Hier ist kein Greif! Kein Greif, der eingreifen kann, den Drachen verletzen kann! Der wird über euch drüberfliegen, euch bombardieren, aus der Luft eure Türme zerreißen! Und wer weiß, was diese schwarze Wolke für Gefahren wirkt! Krankheit, Tod, Seuchen! Könnt ihr euch da gegen ausschützen? Ich bewundere euren Mut! Und jeden kampffähigen Mann nehme ich gerne auf in Wehrheim! Gerne! Dort haben wir Geweihte, dort haben wir Magier, dort kontrollieren wir das Gelände! Dort sind wir vorbereitet, dort haben wir Artillerie, da können wir sie bekämpfen! Hier in Galles werden wir überrannt, wir werden zerrissen! Die Menschen müssen weg! Und wenn sie nicht weg können oder wollen, dann werden sie sterben! und gegen uns marschieren! Wenn nötig, würde ich diese Stadt in Brand setzen, damit die Leute gehen! Die müssen hier weg! Um jeden Preis! 40 Rondrianer und geweihtes Boron konnten sie nicht aufhalten! Und die wollten sie mit 50 Söldnern unter einer Mauer aufhalten? Die kennen doch keine Angst! Dafür brauche ich etwas etwas überdenkzeit! Ich kann nicht einfach in der Abwesenheit das wären Barons seine Stadt anzünden! Ihr werdet die Stadt evakuieren! Das ist ein Befehl! Auf inquisitorischen Befehl! Das ist mir scheißegal! Habt ihr mich verstanden? Der Baron ist gut in Kenntnis zu sitzen, aber die sind inquisitorische Vollmächtigungen und stört euch an, wer die ausgestellt hat! Und man geht zu dem Mann hin und legt ihm das Schreiben vor! Das ist nicht einfach ein Schreiben von irgendwem! Wir sind von der Kaiserin! Sie werdet evakuieren! Ja, du kannst sehen... Und wenn ihr das nicht macht, dann suche ich mir jemanden! Du kannst sehen, wie der Vogt jetzt in Tränen ausbricht und über dem Pagament anfängt zu weinen, bittere Krokodils tränen und dann auch seinen Kopf abstützt! Der ist vollkommen fertig! Ihr tut das Werk Pryos, wenn ihr eure Untertanen schützt und sie nach Norden schickt! Das wird für niemanden angenehm! Aber es wird noch unangenehmer, wenn sie zu Untoten werden! Das wollt ihr doch niemandem! Ihr wollt doch niemandem, dass er seine Seele an die Untoten verliert! Das hat niemand verdient! Ja! Ja, mein Herr! Ihr tut das Richtige! Und glaubt mir, es wird für alle eine unschöne Zeit! Man schaut zum Rondrianer hin! Braucht ihr Heilung? Ich werde es überleben! Ich werde es überleben! Wir könnten euch in Wehrheim gut brauchen, wenn ihr euch noch bereit fühlt! Mein Stolz ist vor der Mauer gestorben, als ich meine Kameraden aufgab! Aber irgendjemand musste uns doch informieren! Ich habe die Dörfer teilweise versucht! Diese Informationen, die ihr habt, sind so wichtig! Sie müssen nach Wehrheim getragen werden! Am besten von euch! Nichts gegen eure Kameraden, aber die Informationen, die ihr bringt, wird Tausende retten! Ich habe die einzelnen Leute aus Trawigsford und aus dem Haus Mersing in Richtung Bolenburg oder einfach nur weg von der Reichstraße geschickt! Ob das richtig war, weiß ich nicht! Ich bin komplett überfordert! Einfach nur am Vorbeireiten! Sie waren so unglaublich schnell! Und wie gesagt, als mir mein Pferd verreckt ist auf der Strandstraße, sie haben es erhoben! Ich konnte, ich konnte seine toten Augen später in den Reihen sehen! Die sind so unglaublich schnell! Ihr habt das Richtige getan! Und wir werden euer Schwert gut brauchen können! Die Wolke flüstert! Sie spricht! Sie redet! Hört ihr nicht zu! Hört auf Rondra in eurem Herzen und in eurer Seele! Kämpft mit dem rondrianischen Arm! Aber bedenkt dabei! Auch Kor steht auf unserer Seite! Wir werden kämpfen! Und sterben! Aber wir werden siegen! Versteht ihr nicht, Mann? In ganz Aventurien stehen die Tempel leer! Wir haben wir haben alle Rondrianer, die wir hatten, haben wir nach Werheim oder mir entgegen als den Satz geschickt! Klar, wir haben noch einige Rondrianer, aber 40 sind tot! Das ist das letzte Mal passiert, als die im Dämon Archen auftauchten! Versteht ihr das? Genauso schlimm ist es wieder und genauso werden wir sie wieder zurückschlagen! Zumindest wir werden sie diesmal zurückschlagen! Wir schweißen alles in Werheim in die Waagschale! Wenn es nicht genug ist, dann ist es nicht genug, aber ist das ein Grund nicht zu kämpfen? Nein, das ist ein Grund nach vorne zu gehen! Zu marschieren! Meine Güte, was ist denn los im Mittelreich? Nur weil die Schlacht verloren ist, muss sie doch trotzdem gekämpft werden! Oder was glaubt ihr? Das ist doch die einzige Option, die wir haben! Nach vorne! Verteidigen! Wehrheim! Um jeden Preis! Für die Götter! Ja! Verdammte Scheiße nochmal! Wir werden sie mit zwergischer Artillerie bombardieren, mit Pryos-Licht verbrennen und mit Chorgeweihten Waffen zerfetzen! So wird das laufen! So und nicht anders! Ganz klar! Also gut, ihr habt's gehört, ihr habt die Gaugrafen gehört, wir evakuieren in die Tagelswälder und nach Amholz! Sag den Menschen, die sollen Strecke machen! Nicht verstecken, Strecke! Sie müssen weg von der Wolke! So weit möglich! Wir brauchen vier Pferde! Eins für den Geweihten und drei für uns! Wir müssen wieder zurückreiten! Ja, die die sollt ihr bekommen! Ähm, die sollt ihr bekommen! Gut! Ich geh nochmal am Core-Table vorbei und schau, ob ich noch einige reingelegt bin! Rafim, komm mit! Und Abel mir! Wo ist hier der höchste Aussichtspunkt in der Burg, wo man am besten nach Osten oder auch Südosten schauen kann? Das ist der Bergfried! Alles klar, da müssen wir hin auf den höchsten Aussichtspunkt und einmal schauen! Ich will ein Bild davon machen, wie weit ich das schätze, wie weit es entfernt ist! Ja, du kannst die Wendeltreppen gemeinsam mit Begleitern nach oben hechten und rennen und dann eine Orientierungsprobe ablegen! Hilft mir da Kompass oder nicht? Der innere Kompass, ja, auf alle Fälle sieben Punkte Und die brauchst du auch! 20, 21 Meilen, also eine Tagesreise, vor allem, wenn man zu Fuß ist! Vor allem, wenn man zu Fuß ist! Scheiße, siehst du das, Rafim? Habel mir! Ja! Und noch ein Ziffer! Kallis hat noch einen einzigen Tag! Ja! Irgendwann will sich jetzt in den Rondra geweiht erstmal stammen, wo der ist! Ja, sitzt immer nach unten und verbindet... Wie geschwächt seid ihr? Ich kann nicht kämpfen, aber reiten werde ich wohl noch können! Hier! Ihr nehmt diesen Heiltrank, ihr nehmt diese drei Pastillen, das sind Pastillen gegen Erschöpfung! Den Heiltrank werdet ihr jetzt erst runterschlucken, die Pastillen gegen Erschöpfung zerkauen und dann runterschlucken! Dann würdet ihr euch wie neu fühlen und ihr werdet die Kraft besitzen, Rondra wieder dienen zu können! Los! Er kämpft kurz mit sich, nimmt dann die Pastillen und spürt sie mit dem Heiltrank runter! Streich mal deswegen! Der Heiltrank heilt zwar nur, ich kann aber für den Würfel, was er kriegt, zwei, sechs, plus vier! Vielleicht eine Wunde! Auf jeden Fall, fast zwei Wunden, aber eine Wunde und zwölf L.E. insgesamt! Genau! Dann kriegt der gute Mann wieder! Ja! Sieht gut aus, du siehst auch, wie sich automatisch dann eine der Verbände dann von seiner Schulter abstreift und dann einfach durch den Wunschor weggedrückt wird und den dann auch abtippt! Danke, mein Herr! Wir müssen zusammenhalten, das hier ist wichtiger als jeder Einzelne von uns! Ich werde sie informieren! Wenn ihr irgendwann mal wieder rastet und länger als eine halbe Stunde Zeit habt, kocht euch damit einen Tee und dann reicht die rote Pfeilblüten in, äh... Ihr müsst euch einen kleinen Beutel nehmen bis zu gucken, dass die trocken bleiben und dann macht ihr euch daraus einen Tee, das wird euch dann über Nacht sozusagen, wenn ihr einfach mal richtig schlafen könnt, wieder stärken. Dann seid ihr einsatzbereit körperlich morgen. Also, sobald ihr wieder einmal! Danke, mein Herr! Rundram mit euch! Ja, Rundram mit uns allen, denn die werden wir, wir werden die Hilfe aller Götter brauchen. Evakuiert jedes Dorf, an dem ihr vorbeireitet. Die meisten sollten evakuiert sein, wenn unsere Gefährten ihre Aufgabe auch erledigen, aber wenn ihr, wenn ihr Leute seht, schickt sie nach Norden, schickt sie nach Süden, schickt sie einfach nur weg. Egal wohin, schickt sie nicht nach Werheim, sie werden eingeholt. Äh, Abelmir, hast du Sternenkunde? Die Frage geht natürlich auch für Ömer und Raphim, wobei ich bei Raphim ganz sicher bin, dass er es nicht hat. Bei Ömer weiß ich nie so genau. Sternenkunde habe ich auf 5. Ömer kann 3 haben. Ömer hat 2er als 1. Ömer hat 2er als den Magier, ja. Tja. Mit Sternen habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das braucht man, ich habe mir sagen lassen, auf dem Meer braucht man das. Ich glaube, Kiaras ist daran ziemlich gut. Aha. Gib mir doch mal eine Probe. Ja, natürlich. Das habe ich jetzt nicht ganz so verstanden. Also, äh, der Magier darf natürlich auch. Habe ich noch nicht. Jetzt. Boah, der Magier hat das. Hast du noch Chippy? Ja. Ich wuffe nochmal. Na bitte. Dann könnt ihr euch gemeinsam ergänzen. Abelmir erkennt das Ogerkreuz. Und Ömer erkennt den Gehengten. Gemeinsam könnt ihr sehen, dass das Ogerkreuz wohl unter der Sternleere steht und vom Gehengten überschritten worden ist. Was auch immer das bedeuten mag. Aber die Vorzeichen sind dort. Ihr könnt euch dann zurückziehen. Euch wird eine Unterkunft gewährt und könnt dann die Nacht abschütteln. Konntet euch dann noch ein bisschen schlafen legen, nachdem ihr ein paar letzte Befehle gegeben habt. Ähm, auch der Vogt wird dann noch das letzte verbliebene Kraft benutzen, um dann ein paar Erlasse zu verteilen. Und dann schreiben wir den nächsten Tag. Regeneration findet nicht statt. Ömer bekommt zwei Lebenspunkte, alle anderen verlieren einen, wenn das noch nicht geschehen ist. Izerun, Kiaras und Jalan werden in Talfach durch lautes Geschrei. Irgendjemand reitet auf der Straße mit seinem Pferd entlang, prescht dorthin, bleibt dann kurz einmal stehen und schlägt dann Metall gegen Metall, sodass, ja, viele wach werden. Ihr könnt ein paar klappernde Läden von, ja, Holzhöhren und, ja, wildes Geschrei von einigen wütenden Anwohnern, die immer noch hier sind, bis ihr dann, ja, auch wach seid und aufnahmefähig. Ja, ich stelle mal aus dem Tempel. Die Toten kommen! Was? Ja, vor euch auf dem Pferd, vor euch auf dem Pferd könnt ihr sehen, Loy Löwenherz, der hier gerade auf einem Pferd sitzt, schlägt gerade mit seinem Schwert gegen ein Schild und brüllt. Die Toten kommen! Jetzt! Evakuiert in Richtung Norden! Wurzflucht oder wo auch immer hin! Teif ist verloren! Nicht nach Werheim! Zieht sofort nach Norden! Ich laufe mal zu ihm hin, während er das verkündet. Und da zum Gruße! Da seid ihr hier wieder! Ah, ihr! Ich habe eure Begleiter bereits in Galles aufgefunden. Ich habe gestern Nacht mit ihnen gesprochen, heute Nacht mit ihnen gesprochen. Ich bin die ganze Nacht gerettet! Du siehst, wie sie so in seiner Augen riesige Pupillen haben. Er drückt sich eine weitere Pille in den Mund und schluckt sie einmal runter. Ich habe die Toten gesehen. Die Tore sind geöffnet. Es geht los. Jetzt und hier. Seht ihr schon in Galles? Sie werden es wohl erreichen. Euer kleiner Magier oder der Magier und der andere meinten wohl irgendwas, dass sie morgen Galles erreichen werden. Gut, gut. Wartet weiter. Warnt alle, die noch in ihren Häusern sind. Das habe ich vor. Kümmert euch um die Stadt. Teufel ist verloren. Dann klopft er so noch einmal, zweimal mit seinem Schwert gegen den Schildarm und prescht dann wieder mit seinem Pferd voran. Ich blicke mal in die versammelte Mannschaft. Ihr habt den Mann gehört. Die Toten sind auf dem Weg. Wer in seiner Seele und seinem Leben hängt, der packt, was er tragen kann und macht sich auf den Weg. Nach Norden, mein Herr. Nach Norden. Wutzenwald. Und werdet ihr sicher sein. Jawohl. War das eben neu? Das war doch eben neu, oder? Ja, das Dorf erwacht. Jetzt ist alles noch einmal sehr viel hektischer, als es gestern Abend schon war. Ich schaue da ein bisschen drüber, dass die alle sich nicht überladen und vor allem, dass es wirklich jeder geht. Es scheint, als wenn unser Feind uns zuvor gekommen ist. Wenn die Toten wirklich schon an Galles sind, werden unsere Kameraden sicherlich bald wieder hier eintreffen oder kämpfend gestorben sein. Was tun wir? Bevor wir warten, dann machen wir uns auf den Weg und gehen wir heim. Nein, gegen Reiten macht überhaupt keinen Sinn. Ich werde noch einmal auf dem Bohonanger vorbeischauen und dann sollten wir uns auf den Rückweg noch haben. Ich denke wirklich, wir sollten zumindest bis zum Abend warten. Wir sollten vielleicht ausschwärmen und allen Dörfern, die ein wenig abseits liegen, Kunde bringen, dass sie verschwinden sollen. alle, die noch nicht gegangen sind. Wir sind schnell nach Zubferde. Und unsere Herolde losschicken zurück, dass auch sie die Nachricht verbreiten. Ich werde das Fußvolk mit nach Hutz und Wald schicken. Ach, wir haben zusammen mit uns schaffen sie es wohl nicht mehr. Zumindest nicht, wenn wir zügig dort sein wollen. Das sehe ich auch so. Außerdem können sie die Kunde verbreiten, dass Flüchtler gekommen werden. So haben wir doch weniger Zeit als gehofft. Also gut. Wir klappern jeder einige Höfe und Weiler im Umland ab, was auch immer man sich sehen lässt. Am Abend finden wir uns hier wieder heim. Unsere Kameraden bis dahin nicht aufgetraucht sind. Irgendwie gehen wir heim ab. Einverstanden. Also gut.